Mit dem frühen Tod Ottos II. 983 eröffnet sich für die otthonische Herrschaft ein neues Problem, denn der Sohn und Thronfolger Otto III. war zu diesem Zeitpunkt knapp drei Jahre alt und somit nicht in der Lage, die Regierungsgeschäfte von seinem Vater einfach so fortzuführen. Wir wollen uns in diesem Video also mit Otto III. befassen, anschauen, wie sich die otthonische Herrschaft in seiner Minderjährigkeit entwickelt hat und wie Otto III., als er dann volljährig war, das Reich regiert hat. Schauen wir zunächst einmal auf ein paar wichtige Daten. Otto III. wird im Juni oder im Juli 980 geboren und bereits mit knapp drei Jahren an Pfingsten 983 zum König gewählt. Römischen Reich ist da, weil zum ersten und einzigen Mal ein König südlich der Alpen gewählt worden ist, nämlich auf dem Hoftag zu Verona, den Kaiser Otto II. einberufen hatte. Als dann Otto II. am 7. Dezember verstirbt, tritt Otto III. seine Nachfolge an. Am 24.12.983 findet dann die Krönung zum König in Aachen statt. Aber das Problem ist offensichtlich, Otto III. ist minderjährig, nicht fähig, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen und da stellt sich die Frage, ob nun die Herzöge und Fürsten alle treu hinter Otto III. bleiben würden, bis dieser volljährig ist oder ob es Versuche geben würde, die Königswürde auf sich zu vereinigen. Und tatsächlich, es gibt diese Versuche, das Königtum jetzt von Otto III. fortzunehmen. Und einer der Hauptprotagonisten ist einmal mehr Heinrich der Zenker, den wir ja schon in den vergangenen Videos betrachtet haben, der immer wieder auch versucht hatte, an die Macht selbst zu kommen. 983 wird er nach dem Tod Ottos II. aus der Haft entlassen und ist zunächst einmal der nächste männliche Verwandte Ottos III. nördlich der Alpen. Seine Mutter, Theophanou, die zu dieser Zeit noch lebte, und auch seine Großmutter Adelheid waren 983 zunächst südlich der Alpen und damit weit weg von Otto III., der ja in Aachen war. Damit sah Heinrich der Zenker seine Chance gekommen, er nahm sich Ottos III. an und versuchte nun selbst König zu werden. Er findet zu Ostern 984 auch einige Befürworter seiner Königsherrschaft, scheitert aber dann an dem Widerstand anderer Herzöge, die ihn ja auch hätten wählen müssen. Es ist die Schwurgemeinschaft in Asselburg, die sich gegen Heinrich den Zenker stellt. Und Heinrich der Zenker geht daraufhin erstmal nach Bayern, wo er ja schon Herzog war und wo er auch eine große Machtbasis hatte. Aber der Erzbischof von Mainz, Williges, sowie der Schwabenherzog Konrad sind gegen Heinrich den Zenker als König und damit ist Heinrich der Zenker auch ohne jegliche Chance, überhaupt König zu werden, denn beide Personen waren wichtig, hatten ein großes Gewicht, der Erzbischof auch aufgrund der Tatsache, dass er den König salben dürfe. Er konnte nicht überzeugt werden und damit gibt Heinrich der Zenker seinen Plan auf. Er übergibt am 29. Juni 984 Otto den Dritten seiner Mutter und seiner Großmutter. Die Mutter, die ja schon zu Lebzeiten Ottos als noch kein, also Ottos des Zweiten, als noch kein Thronvölger geboren worden war, Co-Imperatrix war, übernimmt dann auch die Regierungsgeschäfte für die nächsten knapp sieben Jahre. Viel Aufsehen erregendes passiert nicht. Sie führt einige Slavenfeldzüge, quasi auch als Rache dafür, dass die Slaven zum Ende der Regierungszeit ihres Mannes eingefallen sind und Teile des Reiches erobert haben. Allerdings verlaufen diese Slavenfeldzüge nicht in der Art, dass man die verlorenen Gebiete zurückerobert hätte. Die sind zunächst einmal weg. Am 15. Juni 991 stirbt dann Theo Fanu und für die restlichen Jahre der Minderjährigkeit Ottos übernimmt die Großmutter Adelheit die Regierungsgeschäfte. Es ist in der Forschung nicht ganz klar, wann genau nun Otto III. eigenständig die Regierungsgeschäfte von seiner Großmutter übernimmt. Wir haben zum Beispiel kein Datum einer Schwertleite, was damals ein Zeichen vom Übergang der Minderjährigkeit in die Volljährigkeit war. Wir haben also kein genaues Datum und es ist eher auch davon auszugehen, dass es ein Prozess der Machtübernahme war. Also dass Otto III. sukzessive immer größere und wichtigere Entscheidungen getroffen hat und irgendwann dann einfach der Regent war. Wie dem auch sei, Otto III. ist dann ab 994, 995 eben vollwertiger König, vollwertiger Herrscher und das Erste, was er machen muss, ist einmal mehr dem Papst zu helfen. Denn Johannes XV. wurde, wie einige seiner Vorgänger, aus Rom vertrieben und er bittet nun Otto III. um Hilfe. Als dann Otto III. im März 996 aufbricht, verstirbt allerdings Johannes XV. Und Otto III. macht dann seinen Hofkaplan Brun von Kärnten zum neuen Papst, der sich dann Gregor V. nennt.